Soll ich gerne mal... Boah, die Musik. Die Musik... Warte mal. Waldrand. Ja, super. Mehr, mehr kriege ich nicht an Infos. Hä? Wieso kann ich hier jetzt nochmal? Bus! Ey, waren wir hier noch nicht? Hä? Wir waren doch hier schon, oder? Ja klar, waren wir hier schon. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Teile ich das? Ach, warte mal. Guck mal hier. Hier konntest du auch noch so lange gehen? Dann war doch da auch noch was, oder? Muss ja irgendwie. Ähm. So. Hier muss ich auch weitergehen. Alter, ich liebe jetzt solche Sachen. Und natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man das in einem Let's Play unterbringt. Autsch. Stirb. So. Okay, so geht's nicht lang. Boah, Leute. Seid mir nicht böse. Alter. Hä? Oh, Alter. Oh, sorry. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Wahnsinnig. Aha. Ah, guck mal. Super. Und nun? Ein Geist. So. Okay, den Geist habe ich schon mal. Einen einzigen Geist brauchen wir noch. Ich möchte dafür nicht in irgendwelche Guides gucken müssen. Wo wird mich das annerven? Wo ist aber der letzte Geist? Den möchte ich wirklich gerne noch erleben, sage ich schon. Haha. Ich möchte einen Geist erleben. Wohl hier sind wir Achso, okay. Boah, ohne oder langsam ohne Musik. Ist das jetzt irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen leise, ne? Lüffel? Und wieso komme ich jetzt hier wieder nicht raus? Kommt man da oben lang? Guck mal da oben. Seht ihr das da oben rechts? Hm. Ich wüsste gerne, ob es da jetzt auch lang geht. Halt, wohin gehe ich denn? Ähm. Hallo? Ah, okay. Gut. So. Wenn es so weiter geht, mache ich die Musik wieder an. Das geht ja gar nicht hier. Okay, warte mal. Haben wir auf den Weg? Wir müssen mal zurückgehen. Ja, ja. Bam. Wow. Okay, das ist stark. Ne, pass auf, komm. Das geht nicht. Ich weiß, das nervt mich. Alter! Okay. Nie wieder. Alter, ich habe gerade einen Tinnitus. Hilfe. So, wir müssen jetzt ausschauen halt nach diesem komischen Grabding an hier, ne? Nach so weit hier. Ohne diese kleinen Steinchen. Obwohl ich glaube, der letzte ist... Nein, Quatsch. Ich bin doof. Der letzte wird das da oben sein, dieses komische Rätsel. Aber wie machen wir das? Ich peile das nicht. Da gibt es ja gar keine Hinweise. Hm. Wir gehen nochmal zu einem Typen und fragen ihn am besten mal. Der wird uns hier mit Sicherheit Auskunft geben, gell? So. Okay. Hier waren was. Hier waren was schon. Hier wollen wir nicht nochmal hin. Wo ist ein Kollege hier? Kollege? So, hier ist der. So, dann erzähl nochmal. Komm. So. Wenn ihr Menschen euch so etwas besonders haltet, dann findet meine Geister. Ihr werdet nicht durch diesen Wald kommen, ohne sie zu schnappen. Ihr müsst noch einen weiteren finden. Naja, der wollte gar nicht, was richtige Freunde bedeuten. Ja, mir behakt der Ort auch nicht. Ort willst du machen, ne? Machst du nix? Ja, komm halt durch, du Affe. Hä? Wieso können wir jetzt eigentlich wieder regelmäßig refreshen die? Diese Spots? Hier unten müssen wir auch noch hin. Wie kommen wir denn da hin? Ich verstehe es nicht. Ich will da hin. Den Geist haben wir natürlich auch schon geschnappt, gell? Ja. Den Geist haben wir geschnappt. Und, ähm... Hä? Ach, nee. Wie nice. Guck mal. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier unten rein. Alter, die Musik. Die macht mich wahnsinnig. Autsch. Hopp. So, nein, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Pff. Wie gut, dass das nicht fordernd ist. Komm, langsam. Hä? Komm ich da nicht hin? Erst mal das Gold holen. Ähm. Okay. Oh, wir kommen da nicht hin. Also, ich komme da jetzt nicht hin momentan. Hilfe. Wow. Okay. Da komme ich aber auch nicht hin. Okay, die Dinger kannst du definitiv nicht kaputt machen. Ein bisschen unfair gehalten, finde ich, ist das schon, diese Jump'n'Run-Einlagen. Weil ich habe das Gefühl, du kannst dich immer hundertprozentig, ohne sich zu verletzen, durch. Ja, komm, dich kann man noch killen, oder? Na, klasse. Dann auch nicht. Nee, pass auf. Ich kille dich anders. Ich kille dich noch. Bam. Warum konnten wir das machen? Kann man hier weiter? Nein, ne? Komm, die Frage ist, hat das jetzt doch was mit dem Geist zu tun? Alter, wir haben hier so viele Sachen, wo wir nicht hinkommen. Sag mal, waren wir hier nicht vorhin schon? Nee. Hallo? Sah nur ähnlich aus. Hm, pass auf. Ah. Ab. No. So. Alter. Ernsthaft? Also, ich hätte das Gefühl, gestern ging es besser. So. Jawohl. So ein bisschen Herz. Okay, dann hier hoch. Ah, guck mal. So einfach geht das. Mehr oder weniger einfach. Oh. Oh, oh. Was haben wir gemacht? Ah, und jetzt können wir hochschwimmen. Wir werden jetzt nicht jetzt saufen, oder? Hallo? Wir werden... Ah. Sollen wir zurückschwimmen? Oder sollen wir weitermachen? Oder müssen wir zurückschwimmen? Ich weiß das nicht. Nee, wir müssen sogar zurückschwimmen. Ich dachte, jetzt haben wir so optional irgendwie so ein Secret, dass wir jetzt hier hochkommen und so weiter. Deswegen haben wir auch so viele Passagen nicht erreichen können. Ich verstehe. Ich bin gerade ein bisschen doof. Ja, jetzt sterbe ich. Natürlich. Ich habe vergessen, dass wir auch noch atmen müssen. Ja, vergisst man halt im Leben, ne? Ich bin so dämlich, ne? So. Wenn man denn jetzt wisste, wo es lang geht, ne? So, dann mal hier lang. Ah, das sind nur kleine Passagen, wo man die Luft wieder auffrischen kann. Ich verstehe. Schlau gemacht. So, dann mal... Hilfe. Mies. Okay. Ich bin ein bisschen schweigsam, weil ich möchte mich schon ein bisschen konzentrieren hier. So. Okay. Nein. Okay, den killen wir jetzt noch. Bevor es dann hier gleich weitergeht. Dann gehen wir gleich nochmal zurück. So. So. Nichts gemacht. So, okay. Na, komm. Na, hallo. So, das ist jetzt aber nicht das, wo wir eigentlich hin müssen, oder? Level up. Na, komm. Ein Verteidigung und plus vier Hitpoints. Ja, ist schon mal gut, aber jetzt nicht so, dass man plus ultra, ne? Was haben wir jetzt hier? Grüne Pampe. Puh, ist nicht lebrig, wenn ich jetzt wüsste, was man damit machen kann. Aber gut. Und wir schenken einen Gaul, haut man nicht aufs Maul. Oder wie das so schön heißt. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. So, und jetzt können wir einfach nur zurück. Das heißt, haben wir jetzt den Wald unter Wasser geflutet? Den Wald unter Wasser geflutet, vor allen Dingen. Ah, guck mal. Autsch. Ach so, ich verstehe. Autsch. Ja, 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 jetzt. Okay, pass auf. Also, der Wächter. Äh, wir müssen jetzt nicht irgendwie, ne, geht ja nicht. Also, wir müssen dem Wächter jetzt die Dinger geben. Das heißt, dieser komische 4-W-Gewalt da, den hätten wir nie lösen können, weil es kein Rätsel war, sondern einfach nur halt das Tor wegen die Geister. Ja, ich verstehe. Ja, hat ein bisschen gedauert bei mir. Manchmal braucht halt ein bisschen länger. Wow. Alter, übertreibt halt. Ist das echt doof? Ja, gibt halt an. Aber, liebe Leute, ich glaube, wir haben es gleich tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Na, mein Freund. Bin ich menschen euch so etwas Besonderes oder für euch, beziehungsweise besonders halt an für deine Geister? Ähm, doch. Hahaha. Was? Ihr habt alle meine Geister gefunden? Dann dürft ihr wie versprochen den Wald verlassen. Aber, mit wem soll ich denn jetzt spielen? Verschwindet und kommt nie wieder. Ich dachte, wir müssen jetzt kämpfen. Er ist jetzt ganz alleine hier. Ich würde das nicht aushalten. Setzen wir unsere Reise fort, Super Mario. Bis zum Lager meines Vaters ist es nicht mehr weit. Aber irgendwie tut der mir es leid. Ein echter Freund. Geht jetzt und kommt nie wieder. Warum können wir den nicht einfach mitnehmen? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, der verteilt bestimmt einen fiesen Schwinger. Autsch. War jetzt kurz ein bisschen irritiert. Hatte ich jetzt gerade ein Legspike? Also eigentlich sollte das jetzt nicht mehr sein. Weil, was ich auch nicht verstanden habe. Ähm, ich nehme die Sache jetzt hier mit Fraps auf, ne? Huh. Also wie gesagt, ich nehme die Sache hier mit Fraps auf. Und was ich nicht verstehe, die ganzen Legspikes hatte ich, weil tatsächlich der Haken bei Lock Framerate nicht aktiviert war. Da frage ich mich, wieso sollte man die Frames nicht locken? Wie doof ist das? Weil es hat ja wirklich nur mit Fraps zu tun. Ich meine, die Mühle hier, also meine Kiste, also mein PC. Ich denke mal, der dürfte mit Evolens 2 gar keine Probleme haben, hardware-technisch. Deswegen verstehe ich das nicht so. Und hier bin ich jetzt aber dann wieder... Achso, okay. Und hier kann ich einfach nur mal gucken... Ah, guck mal. Na, manche hätten aufgegeben, aber nicht ich. Tak-da-da-da. Was haben wir? Oricon-erz. Oricon-erz. Alter, geht doch mal vernünftig. Gut. Werden wir jetzt weiter, jetzt habe ich mein Tee ausgesoffen. Alter. Oh, kein Tee mehr. Spukwald. Nein, Spuch, nicht Spukwald. Lager der Dämonen. Seht her. Menschen. Wie haben sie unser Lager gefunden? Los, ergreift sie. Sie dürfen uns nicht entkommen. Hm, wartet. Hm? Fürst Goliath. Fürst? Alter, ernsthaft? Ich bin zweifelt. Überst du. Before.